Batterie, 25 Schuss, 25 Millimeter in F2 aus der Signature Range. Die nächste Batterie in F2, die Signature Range mit 49 Schuss im Kaliber 20 Millimeter. Schwul! Musik Müllwasser… Cameron vom Müllwasser! Müllwasser! Müllwasser für die Müll. Achso. Schwul. Wir steigern das Kaliber auf 30 Millimeter 19 Schuss, die Batterie Radar. Die kommt nicht. Ist unten im Radar geblieben. Wir gehen zur nächsten Position, die Firebird Shows 96, sind 96 Schuss im Kaliber 25 Millimeter. Ja, schöne Farben. Oh, ja, 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 was ist denn das? Schwul! Die hat so gut angefangen, ne? Ah! Waaah! Die felser und auf den Boten, ich. Also wenn ihr eine Enttäuschung sucht, der hat sie hier gefunden. Wir gehen über in den Profibereich Kategorie F3, in dem Fall aus der Serie Gartenfeuerwerk. Ein ganz neues System aus mehreren Boxen, die es gibt, mit Konnektoren zu verbinden. In dem Fall die Batterie MZ4, 64 Schuss im Kaliber 30 Millimeter. Ah, schon besser. Ja. Ja, hübsch. Schön, 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 schön. Schöne Fahrt. Unsere zweite Box in F3, die Obelix, 20 Schuss im Kaliber 30 Millimeter. Oha. Jawoll. Ich denke, man hat es gesehen, bei der Obelix ein kleines Finale mit drei Schuss mit 50 mm. Die nächste Batterie ist die XXXL 50 Schuss, 50 Schuss im Kaliber 50 mm. Da schauen wir mal. Steighöhe ist vermesserungsfähig. Ich denke, man hat es gesehen, bei der Obelix ein kleines Finale mit drei Schuss im Kaliber 50 mm. Ich denke, man hat es gesehen, bei der Obelix ein kleines Finale mit drei Schuss im Kaliber 50 mm. Ich denke, man hat es gesehen, bei der Obelix ein kleines Finale mit drei Schuss im Kaliber 50 mm. Naja, geht besser. Also bei 75 mm ist es zu dünn. Das ist besser. Besser. Jawoll. Naja, geht besser. Sehr gut. Jawoll. Oh, geht besser. So, das war es von unserer Seite. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön.